Grüezi miteinander. Die Geschichte wiederholt sich, die Fiktion wird von der Realität eingeholt. Das zeigt sich in dieser Woche, als der Bundesrat auf Schulreise geht. Das SRF ausstaubt und wir genau hinschauen, dort, wo wir doch schon mal genau hinschaut haben. Der Bundesrat ist auf seine traditionelle Schulreise gegangen und hat einmal mehr betont, wie lässig das das sei. One team, one spirit sozusagen. Aber haben Sie es gesehen? Wir haben genau hingeschaut und gefragt, auf was sie sich am meisten freuen. Ich freue mich vor allem auf den Kontext mit der Bevölkerung. Klar, die Begegnungen mit der Bevölkerung. Ich bin auch mit der Bevölkerung. Und auch die Kontakte mit der Bevölkerung, das freut uns immer wieder. Wenn man schon mal miteinander unterwegs ist, dann möchte man am liebsten mit allen anderen reden. Das war aber nicht der einzige Skandal dieses Jahr. Einmal mehr hat die Anlegung der Bundesrat im Freizeit-Look irritiert. Legendär, Guy Permerle, sein Fauxpas vor ein paar Jahren mit seinen Shorts, die nicht ganz massgeschneidert waren. Und haben es etwas gelernt daraus. Sie hätten eben aufs neue Landesmami aus dem Wallis losen müssen. Was kommt in das Rucksack rein, Masli, was? Was gehört in den Rucksack von der Frau Amherd, wenn sie auf eine Schulreise geht? Sicher, dass ich heute etwas Rechts legen kann. Morgen dann noch ein paar Jeans, weil wir noch ein paar Schritte laufen werden. Ein paar festere Schühe. Und dann, ja, glaube ich bin ich ausgerüstet. Und was machen die geneigten Landesväteren? Sie legen genau das Gleiche an wie letztes und vorletztes Jahr. Das Gleiche Poloshirt. Das Gleiche gelle Kurzarmhemd. Der Gleiche Sackhol. Wenn es doch noch jemanden gäbe, der da ein bisschen Stilberatung vermitteln könnte und gleichzeitig eine Ahnung hat vom diplomatischen Parkett. Aber wir haben da eine Idealbesetzung gefunden. Am G20-Gipfel zu Japan hat auch Donald seine Tochter Ivanka Trump wieder mal mit dürfen, obwohl immer noch niemand weiss, was genau ihre Funktion ist und was sie dort soll. In dem Video, das die französische Regierung gepostet hat, versucht sie verzweifelt, ein bisschen Anschluss zu finden bei Theresa May, Justin Trudeau oder Christine Lagarde und Emmanuel Macron, die alle ein bisschen pikiert wegschaut haben. Aber Ivanka Trump hat früher selber gemodelt, hat ein eigenes Modelabel betrieben und jetzt hat sie nicht wirklich etwas zu tun. Sie hätte doch wunderbar zu unserem Bundesratsreischen dazugepasst, wäre sie gar nicht wirklich aufgefallen. Oder zumindest hat niemand gemerkt, dass sie auch da ist. Auch Schlagzeile gemacht haben diese Woche die Grünen, die die Badi zu der Wahlkampfzone machen wollen. Das passt ja irgendwie, Klimawandel, Hitzesummer und die Grünen, das haben wir ja letzte Woche schon gezeigt, das ist die Partei, die gerne viel Haut zeigt. Was vor der Gründung passt, passt der Bevölkerung weniger. Wahlkampf im Miner-Badi. Die Grünen müssen sich darauf gefasst machen, dass man sie grössten Teils freundlich ignoriert. An wer erinnert mich das bloß? Auch schon erwähnt haben wir an dieser Stelle den Rolf Knie, macht in der Sendung «Darf ich bitten?» sexistische Sprüche. Nur wenige Monate später hat auch SRF die eigene Sendung nachgeschaut und beschlossen, raus mit ihm. Damit braucht sie den «Darf ich bitten?» Jury, aber natürlich einen valablen Ersatz für ihn. jemand, der auch ein Anlehnungsbedürfnis hat und wie ein verschreckendes Dreh schauen kann. Ah ja klar, die Ivanka ist ja längstens noch nicht ausgelastet. Auch diese Woche wieder ein grosses Thema, die kalben Abkürzungen beim Bund. Und wer hat hier schon darüber berichtet? Genau. Unser bezaubernder Assistent hat den Durchblick. Von den meisten unbeachtet hat der Bund nämlich nicht nur inexistente Bundesämter und Departementen. Einmal mehr ist die Realität uns ein Schritt voraus. Es gibt auch ein Ressourcen- und Umweltmanagementsystem namens Rumba. Jawohl, Rumba. Aber es kommt noch besser. Fast. Es gibt dann noch Rums bei der militärischen Verwaltung. Es gibt nebst Rumba auch noch Rums. Beim Bund. Das haben Sie jetzt geschrieben. Aber jetzt wieder ab in die Versenkung. Aus der Versenkung aufgetaucht ist dafür die Altbundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf. Sie ist jetzt Expertin für das Alter. Sie weiss Bescheid auf was es darauf ankommt. Vor allem wegen der Tipp von ihrer Tochter. Meine Tochter war 13 Jahre alt. Sie fand dann, du kannst das schon machen. Aber eines darfst du nicht vergessen. Die Freundinnen und Freunde, die du heute hast, musst du pflegen. Sonst hast du sie plötzlich nicht mehr, wenn du jetzt in die Politik gehst. Sie haben das richtig gehört. Mit 13 hat das ihre Tochter gesagt. Aber das ist nichts Neues auf dieser Welt. Alles war schon mal da. An ganz unvermutterten Orten. Bei der Ivanka Trump. Donald, do you worry because you have a daughter who is a model? I do and I have a deal with her. She's just 17 and she's doing great Ivanka. And she made me promise her, swear to her, that I would never date a girl younger than her. Mit 17 hat Ivanka Trump schon ihren Vater beraten. Er soll doch, heute würde man sagen, seine Freundschaft pflegen. Machen auch Sie das. Aber Sie haben es nicht von mir. Es ist viel glaubwürdiger, wenn Sie sagen, Sie hängen auf dem Teenager-Klosset. Ab grandson! Ben. Glocken. Leaf-Klosset. Hostet am Roll. Fein accese Vielen Dank.